Ich sage jetzt einfach mal Hallo Sascho Ausenig. Ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt das Vergnügen haben, ein bisschen miteinander zu plaudern. Hallo lieber Edi. Du bist zu Gast im Allgäu, in der Heimat von Ernst Hutter. Ist das eine Heimat, ist das eine Landschaft, wo du sagst, da könnte ich mich auch wohlfühlen? Ja, unbedingt. Und ich merke auch an der Landschaft, dass unsere Musik auch wunderschön hier reinpasst, weil die Landschaft ist an und für sich sehr positiv. Es hat schöne Farben vom Bodensee, aber auch von den Wiesen hier. Und es ist eine sehr optimistische Landschaft, deswegen fühle ich mich hier sehr wohl. Und auch gar nicht so weit landschaftlich entfernt von dem, wo du wohnst. Ich war ja auch schon bei dir im Begunje. Auch dort die Wälder, die Hügel, das Grün. Da kann man schon sagen, da gibt es Parallelen, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Heimat der beiden Musikanten. Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel jetzt vor Tagen mit Ernst auch Bodensee besucht und ich habe nicht gewusst, dass es dort auch Möwen gibt, so wie bei uns an Adria. Und ich habe immer gedacht, die Leute müssen nach Süden kommen, um das zu sehen, aber anscheinend gibt es auch bei euch. Deswegen viele Parallelen. Wir sind jetzt hier zusammengekommen, um ein bisschen über die Obergreiner zu reden, über die Original-Obergreiner, die dein Opa, Slauko, auswendig ja ins Leben gerufen hat. Was ist denn deine erste Erinnerung an deinen Opa und seine Musik? Ja, erste Erinnerung an Slauko ist auf jeden Fall Wohnzimmer. Ich war da ungefähr vier Jahre alt, wie ich reinkam und er hat jeden Tag Akkordeon geübt, gespielt. Ich kann da sagen, ich habe ihn als Opa erlebt, aber für mich war er was Besonderes, weil alle haben irgendetwas gemacht und Opa war ständig mit Musik beschäftigt. Er war da fast, sage ich jetzt mal, 65, an die 70 Jahre alt, war nicht mehr Profimusiker, also die Gruppe Slauko und seine Original-Obergreiner gab es nicht mehr. Aber er hat nach wie vor jeden Tag bis zu vier Stunden gespielt, ist nach Begunje von Ljubljana gekommen, jeden Tag, also halbe Stunde in eine Richtung. Großmutter war beschäftigt in Galerie und Museum und er hat komponiert und geübt und das war für, so wie ich das gesehen habe, nicht als Arbeit, sondern eher als ein Hobby. Das hat mich wirklich fasziniert und wie gesagt, er war für mich in erster Linie Großvater und wie ich in die Schule gegangen bin, habe ich von anderen mitbekommen, was oder wer überhaupt mein Großvater ist. Welche Popularität er ja auch zu Hause damals schon genossen hat. Wie bist du dann mit seiner Musik selbst in Kontakt gekommen, also mit dem, was wir kennen als die Musik der Original-Obergreiner? Wann hast du das erste Mal auf der Autobahn oder das Trompetenecho gehört? Na ja, wir haben zu Hause CDs und Kassetten gehabt, habe mit Bleistift dann immer auf die Sirenenpolka umgedreht. Auf die Sirenenpolka? Ich habe mir immer am besten gefahren wegen diesem Gags, was die Obergreiner Musik hat. Da gibt es wirklich so eine Imitation von Sirenen drinnen und die Polka war so immer positiv, lebendig und das hat mir auch an Obergreiner Musik immer gut gefallen. Deswegen, ja, ich habe im Wohnzimmer schon das Akkordeon von Opa immer gehört und dann habe ich das Akkordeon auch probiert in den Aufnahmen zu hören, weil es war schwierig als Kind, was spielt jetzt da der Opa? Ich höre Trompete, ich höre Klarnete, ich höre da Gesang, wo ist jetzt der Opa? Und diese Begleitung habe ich eigentlich nicht sofort erkannt, weil Opa hat im Wohnzimmer Melodien geübt und gespielt und bei den Aufnahmen war er in Musik versteckt. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich hier einen von den Obergreiner, aber es gibt so viele und dann merkt man auch, die können, weil sie sieben sind, so viel mehr Musik machen. Gab es dann irgendwann mal Bilder, Videos, die du sehen konntest, wo du es dann zuordnen konntest? Ja, ich habe dann mit meiner Mutter ein paar Konzerte besucht bei uns im Wirtshaus, da hat Opa mit jungen Original Obergreiner gespielt und die hat mich in die Technik mitgenommen, Vater war auch auf der Bühne und da durfte ich meinen eigentlichen Vater und Opa beobachten. Ich habe aber da nicht so registriert, ich habe schon gemerkt, das sind alles Musikanten und so, war schön, aber er war da älter und ich habe eigentlich jede Woche zwei, drei Obergreiner Gruppen hören können, weil wir das immer in unserer Halle gehabt haben. Es war aber für mich eine große Revolution, wie ich erst das Live-Konzert von Opa in YouTube zum Beispiel gesehen habe oder da habe ich DVDs bekommen, das war so eine Energie wie bei einem Rockkonzert, die sind auf Bühne gelaufen. Und da waren keine Vorbereitungen mit Notenständer und mit Texten und langsam, sondern wie Opa auf Bühne kam, ist die Show gegangen. Und das habe ich von den anderen Obergreinern nicht so gesehen, da habe ich gemerkt, da unterscheidet man Amateure von Profis und auch charismatischen Menschen, die das lebt oder die Menschen, die einfach etwas spielen. Dein Papa, der Gregor, mit der Gitarre damals hast du schon gesagt und auch mit den jungen Original-Obergreinern unterwegs gewesen, der Opa mit dem Akkordeon. Wann stand für dich das Akkordeon als Instrument fest? Meine Großmutter hat mich gefragt, ob ich, ich war ungefähr fünf, sechs Jahre alt, ob ich mit fünf anderen Mädchen an einem Mittwoch halbe Stunde Akkordeon spielen möchte. Mit Mädchen? Mit Mädchen. Da gab es bei uns eine Klasse und da waren nur Mädchen, die haben sich beworben für Akkordeon. Und Oma hat gesagt, wenn du frei bist, probier mal, du sollst zwei, dreimal das machen, wenn es dir gefällt, spielst du dann Akkordeon, wenn nicht, hörst du auf. Das hat mir immer gut gefallen, es war entspannt und für mich war dann Akkordeon eigentlich wie ein Hobby. Ich habe auch Basketball und so gemacht und ich war an Akkordeon nicht so interessiert, vor allem nicht in Musikschule, weil man da keine Stücke, die ich spielen wollte, gezeigt hat. Mein Bruder hat Saxophone gespielt, Pink Panther und so, also damals coole Stücke. Und wir haben so Lieder gespielt und Titeln, wo ich keine Motivation gefunden habe. Und dann, wie ich ungefähr 14, 16 Jahre alt war, wollte ich mit Musikschule beenden und die Sachen von Opa selber mir abhören und lernen, habe ich so gemacht. Und da war ich immer mehr auch mit diesem Obergrenner Virus infiziert. Welche Rolle hat es gespielt, dass dir der Opa irgendwann mal sein Akkordeon geschenkt hat? Eigentlich sehr große. Ich habe dann schon erste Besetzung zusammengestellt mit 16 Jahren und ich habe ein schlechtes Akkordeon gehabt, ich habe zu wenig Register, zu wenig Tasten. Dann hat er mir so eine eigene Alpine ausgeliehen, das war so sein Akkordeon ein bisschen leichter gemacht, aber noch immer vom Klang nicht das Obergreninstrument. Und ich hatte wirklich großen Wunsch, wenn ich eigene Besetzung habe, dass ich auch so eine Morino spiele, wie er sie gehabt hat. Was macht dieses Morino aus? Was macht diesen Obergrenner Akkordeonklang aus? Es hat Kasoto-Kabine, das kann man sich so vorstellen, dass sie so einen samten Sound drinnen hat. Also der Sound geht zweimal um Akkordeon rum und dann kommt er ein bisschen weicher raus und es gibt dann noch doppelten Tremolo. Also nicht ein Tremolo, sondern doppelt Tremolo und da kommt dieser Obergrenner Sound, was bei Opa populär war. In der Musikschule haben die Instrumente kein Kasoto gehabt, weil mit diesem Kasoto ist das Instrument automatisch 2000 Euro teurer gewesen. Deswegen habe ich so einen Wunsch gehabt und Opa hat mir gesagt, ich muss erst mir das verdienen, dass ich eine Morino bekomme oder so. Ich durfte mir eine auswählen, er hat gesagt, neue oder alte. Ich wollte neue, weil die war schöner. Und dann habe ich von einem Kollegen einmal eine alte ausprobiert. Ich habe gesagt, oi, ich habe so einen Fehler gemacht. Ich habe zu Opa gesagt, eine neue, weil die alte hat viel mehr Charakter und Vintage und war ähnlicher an die Aufnahmen, was ich gekannt habe. Und dann habe ich zu Opa gesagt, ich habe mir anders überlegt, bitte deine alte, wenn es geht. Und er hat gesagt, da musst du noch ein bisschen warten. Und dann war Weihnachten und er ist am Vormittag in unseren Hof reingefahren, Kofferraum aufgemacht und hat gesagt, da hast du dein Weihnachtsgeschenk. Und das war der alte Koffer und ich habe gesagt, Gott sei Dank. Das Akkordeon stand dann bei mir in meinem Schlafzimmer, zwei Tage ohne, dass ich da was mache. Ich habe nur geschaut, habe mich so gefreut. Wann war das? Das war, ich glaube, 2008, wie ich auch Gruppenstart gehabt habe. Und dann bin ich mit Akkordeon sofort ins Studio und erste Platte mit meinem Musikanten gemacht. Also das nächste Mal, wenn wir zwei so einen Podcast machen, dann treffen wir uns mal bei dir in Begunie, weil ich weiß, unten im Studio, da stehen ja auch Akkordeons. Und dann musst du uns mal diesen unterschiedlichen Sound, das mit dem Tremolo, diese ganzen Raffinessen und Feinheiten des Obergreiner Akkordeon klangst, das musst du uns dann mal zeigen, wie sich das anhört. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Man kann sich es nur wahrscheinlich dann besonders gut vorstellen, wenn man dich auch hört. Wenn wir jetzt mit den Egerländern auf Tour gehen ab April, welches Akkordeon hast du dabei? Die Frage erübrigt sich natürlich, aber ich frage sie trotzdem. Ja, meine klassische Murino, die ist Baujahr 68 und die hat diesen typischen Sound, also so wie man die Obergreiner in goldener Zeit gekannt hat. Also wie vom Opa? Ja, das gleiche Modell. Wunderbar. Du hast mit den Obergreinern seine Tradition fortgesetzt. Wie ist die Idee entstanden? War er da beteiligt oder war der Papa beteiligt oder war es deine Idee? Meine Idee war, so wie man oft von Obergreiner gehört hat, oft kopiert nie erreicht. Also ich habe mir gedacht, das kann man nicht kopieren und nicht erreichen. Aber wir können als Liebhaber das machen. Und ich war wirklich in erster Linie als ein Fan, der das gerne auch gespielt hat. Ich habe keine großen Ambitionen gehabt für große Hallen und so, weil ich habe mir gedacht, da musst du besondere Gabe und viel Arbeit und so. Dann hat mein Vater uns einmal gehört mit meiner Gruppe und ist zu Slauk und Wilko gegangen. Wie hieß die Gruppe von dir damals? Ja, nur Sascha Ausnick und sein Quintet oder so. Also noch keine Obergreiner im Landtag? Nein, nichts. Das war alles noch so unoffiziell und Studenten-Obergreiner. Und mein Vater hat dann beide Brüder, Slauk und Wilko, gefragt, ob die nicht nach 20 Jahren Pause wieder was zusammen kreieren, weil die haben in der Ära von jungen Original-Obergreiner nicht zusammengearbeitet. Wilko wollte da nichts damit zu tun haben. Er hat gesagt, es gibt so viele und ich möchte nicht nur auf eine Gruppe alles wetten. Deswegen haben die nach 20 Jahren Pause dann für uns eine neue Platte kreiert und waren auch aktiv im Studio dabei. Das heißt, die beiden, die damals auch die Geschichte der Obergreiner begonnen haben, ja zu zweit als Duett, haben auch bei dir den Startschuss sozusagen ein bisschen mit vorbereitet? Mir war sehr wichtig, weil Opa hat immer als Herz, wie soll ich sagen, als Großvater nur Unterstützung gegeben. Wilko auf der anderen Seite war aber auch kritisch und wir sagen, er war nicht streng, sondern er war deutlich. Er hat immer gesagt, was er von uns erwartet und wie wir auch das perfekte machen, weil im Studio kannst du auch nur Sachen spielen und du bist fertig, aber du kannst auch die Details machen und diese machen die Musik dann interessant und spannend, weil es bringt in eine Ordnung und für diese Ordnung hat auch Wilko bei uns bei erster Produktion gesorgt. Das heißt, wir haben auch bei den Obergreinern wie bei den Egerländer Musikanten Emotion und Professionalität, die sich dann irgendwo treffen müssen. Genauso. Wie setzt du das jetzt musikalisch um? Wo kommen deine Solisten her im Quintett mit Gesang? Du musst ja die Leute auch rekrutieren. Wie gehst du da vor? Wir sind nächstes Jahr 15 Jahre unterwegs und da haben wir wirklich zu Start mit meinen besten Freunden gearbeitet. Dann haben wir plötzlich gemerkt, man muss mehr Einsatz geben oder die Gruppe verlassen. Und dann haben sich bei mir wirklich dann die Leute auch gewechselt die Jahre. Einige auch haben Familie bekommen und wir haben sehr viele Auftritte, deswegen sind auch dadurch Wechsel gekommen. Und dann habe ich Castings gemacht und die besten Leute ausgesucht. Beste heißt für mich, für meinen Geschmack beste. Wir haben eine halbe Stunde Casting gemacht, aber uns auch dann Stunde mit den Leuten unterhalten, damit wir sie vorbereitet haben in einem Gespräch, was auf die zukommt. Und wie reagieren sie in besonderen Situationen? Weil ich kann heute Abend um zehn einen Anruf bekommen, dass ich morgen um sechs eine Aufnahme machen muss für Fernseher, weil wir in Guten Morgen Slowenien oder in Guten Morgen Österreich spielen. Das haben wir auch schon gemacht und die Leute müssen dann wirklich 24 Stunden vorbereitet sein, dass es losgehen kann. Wie stressig ist das für euch aktuell, das Obergreiner Leben? Ihr fahrt ja auch sehr viel nachts aus Slowenien raus nach Deutschland und spielt und fahrt dann in der Nacht wieder zurück, weil am nächsten Morgen wieder ein Auftritt in der Heimat stattfindet. Ich denke, dass die Einstellung sehr wichtig ist. Wir haben uns von Anfang an gesagt, wir möchten mit Profis arbeiten. Also haben wir normal einen Busfahrer, einen Tontechniker. Also sind schon die meisten Sorgen dann woanders. Meine größte Sorge ist immer, dass die Musikanten gesund sind, dass da die Besetzung, die ich mir vorstelle, auch mit mir mitkommen kann. Und alles andere, sage ich, sind Situationen, die für uns eigentlich dann neue Chancen sind und Herausforderungen. Und wir probieren, das nicht als stress zu bezeichnen. Das sieht man auch, wenn ihr auf der Bühne seid. Ein strahlender Sascho Ausenig natürlich, die Musikanten aber auch alle immer super gut drauf. Seid ihr auch privat ein bisschen verbandelt oder geht jeder dann wieder seine eigenen Wege? Wenn wir wirklich oft zusammen sind, dann freuen wir uns auch, dass jeder in sein Zimmer geht nach dem Konzert und ein bisschen Pause und so. Aber für mich ist wirklich das Schönste, wir sind sehr ähnliche Generation. Und bei meinen vergangenen Besetzungen habe ich schon Musiker mitgehabt, die vielleicht nicht so an die Gruppe geschaut haben, haben dann laut geprobt in Garderobe und haben ein bisschen nur auf sich selber geachtet. Und mit dieser Besetzung haben wir jetzt extrem viel Spaß. Und wir hoffen immer, dass wir vor Konzert in gleicher Garderobe sind, dass wir da schon Spaß machen, und dass wir den Spaß dann gemeinsam auf die Bühne dann auch transportieren. Ich habe das auch erlebt, jetzt gerade in Schladming, wenn ihr dann in der Garderobe sitzt und doch mal ein, zwei Stücke anplagt, einfach für euch durchspielt oder anspielt, da merkt man schon, da ist so ein obergreiner Spirit da, eine Einheit, ein obergreiner Geist. Wie würdest du den so beschreiben? Was geht da in euch vor, wenn ihr so zusammen euch auf ein Konzert vorbereitet? Ja, wenn man schon durch den Karawankentunnel fährt, denkt man, wir haben diese große Ehre und Glück, dass wir ein Teil von dieser Musik sein dürfen. Nämlich es gibt große Geschichte hinten, aber auch es gibt sehr viele Musikanten. Und uns ist es bewusst, dass wir wirklich Glück haben, dass wir eine von diesen sind. Es gibt viele obergreiner Gruppen, aber in Schladming konnte mit den Egerländern auch nur eine spielen. Deswegen möchten wir diese Chancen auch wahrnehmen und unser Bestes tun. Also da bin ich wirklich glücklich. Man denkt, Musikanten trinken und haben vielleicht so ein Rock'n'Roll Leben. Haben wir auch, aber da unterscheiden sich Festzelte und Konzerte. Ja, so ist es in der Tat bei den Egerländern ja auch. Deshalb sind wir wahrscheinlich auch so eine Einheit, wenn wir zusammen auf der Bühne sind, obergreiner und Egerländer. Eine familiäre Frage jetzt noch zum Schluss, oder zwei sind es, die ich mir noch gerade ausgedacht habe. Ist Gregor, der Papa mit der Gitarre, ab und zu noch dabei? Manchmal dabei, oft dabei? Wir haben in dem Jahr 70 Jahre obergreiner Musik gefeiert und da habe ich ihn auf jeden Fall mitgenommen zum Konzerten. Er ist mit seiner Gitarre 41 Jahre unterwegs und das heißt, er ist auch schon mehr als die Hälfte bei dem obergreiner Publikum bekannt. Er hat so einen unikaten Sound und wir freuen uns immer, wenn wir auch die Vater-Sohn-Geschichte auf Bühne präsentieren. Früher war er anders, früher war der Sohn Gitarrist, der Vater Akkordinist, jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Aber ich denke, obergreiner ist nicht nur eine Landschaft, Tradition, sondern es transportiert auch die Werte für die Familie und so. Und letzte Frage bei unserem kleinen Podcast-Gespräch hier. Wie viel hat dein Opa, wie viel hat Slauko Ausinnig noch mitbekommen von dem Erfolg, von der Karriere seines Enkels Sascho? Er hat gesagt, das war eigentlich eine von den schönsten Sachen in seinen letzten Jahren, dass er das miterleben durfte, weil er konnte es nicht glauben. Meine Generation, meine Schulkameraden und so wollten diese Musik damals nicht hören und ich habe mich auch geschämt, wie ich erstes Mal in Tracht war, weil das war damals eigentlich alles Museum, so haben die Leute gedacht. Und Opa hat sich riesig gefreut, dass da Politik in den letzten Jahren ein bisschen mehr gemacht hat, dass die auch kulturell bestätigt haben, aber auch, dass ich eine Gruppe bekommen habe, dass ich Musikanstalt gemacht habe, wo er so viele Erfolge gehabt hat, dass wir ein Album gemacht haben, dass wir seine Musik spielen, und dass er dann auch zum Schluss ein paar meine Ideen gehört hat. Und da kann ich wirklich sagen, er ist wieder ein paar Jahre jünger geworden, wie wir wieder mit der Musik die ganze Musikfamilie beschäftigt haben. Das war ein bisschen Einblick in die Musikgeschichte der Familie Ausinnig. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Ich freue mich jetzt tierisch auf die Tournee, das ultimative Gipfeltreffen, Egerländer und Oberkainer erstmals gemeinsam auf Tour. Da fällt einem schon der Bewerbungsbeerdekel aus der Hand. Aber am meisten freue ich mich natürlich auch, wenn ich dann mal wieder auf der Bühne stehe und sagen darf, Bühne frei für Sascho Ausinnig und seine Original-Oberkainer. Ich freue mich tierisch, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin alles Gute und vielen Dank für das superschöne Gespräch, lieber Sascho. Ich danke auch und ich freue mich schon auf die gemeinsame Arbeit. Und bis dahin alles Gute.